Corey Harrison, bekannt als Big Horse aus der erfolgreichen Reality-TV-Serie Pornstars, hat sowohl Bewunderung als auch Kritik für seine On-Screen-Persona erhalten. Hinter den Kulissen hat er jedoch eine recht stürmische Reise hinter sich. Von rechtlichen Problemen bis hin zu den Höhen und Tiefen des Ruhms, die er gemeinsam mit seiner Familie und seinen Kollegen durchlebt hat, die herzzerreißende Geschichte von Corey Harrison aus Pornstars wird sicherlich schwer zu verkraften sein. Bereiten Sie sich vor, es gibt viel zu entdecken. Doch bevor wir damit beginnen, lassen Sie uns zuerst ein wenig Kontext schaffen. Pornstars und Corey Harrison, alias Big Horse, Pornstars, ist eine amerikanische Reality-TV-O-Serie, die einen faszinierenden Einblick in die lebendige Welt des weltberühmten Gold- und Silberpfandhauses in Las Vegas, Nevada, bietet. Die Show hatte ihre Premiere am 19. Juli 2009 und ist mittlerweile die am höchsten bewertete Sendung des History Channel. Die Serie spielt in einem 24-Stunden-Familienbetrieb, der 1989 seine Türen öffnete und ursprünglich von Richard Oldman Harrison geleitet wurde. Heute wird das Geschäft von seinem Sohn Rick Harrison, Ricks Sohn, Corey Big Horse Harrison und Corys Jugendfreund Austin Chumley Russell geführt. Die Serie fängt lebendig die Interaktionen des Personals mit den Kunden ein und dokumentiert den Kauf, Verkauf und das Verfänden einer eklektischen Sammlung von Artefakten. Zahlreiche lokale Experten treten regelmäßig auf, um die in den Laden gebrachten Gegenstände zu bewerten. Diese Experten liefern professionelle Einschätzungen, die der Show Tiefe und Glaubwürdigkeit verleihen. Pornstars hat weltweiten Ruhm erlangt, wird in 150 Ländern ausgestrahlt und in 38 Sprachen synchronisiert, was sie zu einem kulturellen Phänomen macht. Ihr Erfolg liegt in der fesselnden Mischung aus historischem Interesse, lebhaften persönlichen Interaktionen und dem faszinierenden Prozess des Aufdeckens verborgener Schätze. Im Mittelpunkt der Show steht Richard Corey Harrison, bekannt als Big Horse, der tief in den täglichen Betrieb des weltberühmten Gold- und Silberpfandhauses in Las Vegas involviert ist. Dieses Geschäft, bekannt für seine vielseitige Sammlung von Gegenständen und seine farbenfrohe Kundschaft, verdankt seinen kulturellen Status der Bekanntheit, die es durch die Show erlangt hat. Corey, der am 27. April 1983 geboren wurde, hat schon früh eine Verbindung zu Pfandhäusern entwickelt, die tief in der unternehmerischen Geisteshaltung seiner Familie verwurzelt ist. Sein Großvater, Richard Benjamin Harrison, war Mitbegründer des Gold- und Silberpfandhauses. Zusammen mit seinen Brüdern Adam und Jake Harrison wuchs Corey in der Pfandindustrie auf. Corey begann im zarten Alter von neun Jahren im Laden zu arbeiten und erhielt eine einzigartige, praxisnahe Ausbildung in der Pfandbranche. Im Laufe der Jahre verfeinerte er seine Fähigkeiten bei der Bewertung verschiedenster Waren, von Antiquitäten bis hin zu Sammlerstücken, und arbeitete sich vom jungen Helfer zum Manager hoch, der für den täglichen Betrieb des Ladens und seine 30 Mitarbeiter verantwortlich ist. Unter der Anleitung seines Vaters, Rick Harrison, wird Corey darauf vorbereitet, eines Tages das Familienunternehmen zu übernehmen. Sein Weg zur zukünftigen Führung war jedoch nicht ohne Herausforderung. Sein persönlicher Aufruhr war ernst. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, welche Dämonen ihn all die Zeit geplagt haben. Der Erfolg von Pornstars hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Familie Harrison, katapultierte sie ins Rampenlicht und verwandelte ihr Pfandhaus in eine global anerkannte Marke. Die Serie brachte nicht nur Ruhm, sondern steigerte auch das Geschäft des Ladens erheblich, indem sie Touristen und Fans aus der ganzen Welt anzog. Fast über Nacht wurden die Mitglieder der Familie Harrison zu bekannten Namen. Dieser neu gewonnene Ruhm brachte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich, da die Familie die Komplexitäten ihres wachsenden öffentlichen Profils bewältigen musste, während sie gleichzeitig ihr Geschäft führte. Einfluss innerhalb des Geschäfts Einfluss innerhalb des Geschäfts wuchs parallel zum Erfolg der Show. Er war maßgeblich an vielen der bedeutendsten Einkäufe des Ladens beteiligt. Durch seine Bemühungen trug Corey dazu bei, den Ruf des Gold- und Silberpfandhauses als erstklassiges Ziel, für einzigartige und wertvolle Gegenstände zu festigen, was seinen anhaltenden Erfolg sowohl auf- als auch abseits der Leinwand sicherstellte. Die Entstehung und der anschließende Erfolg der Show veränderten das Leben und das Geschäft der Familie Harrison. Corys Beiträge waren entscheidend für diese Transformation, da seine Expertise und sein wachsender Einfluss eine zentrale Rolle für den anhaltenden Erfolg des Ladens und die bleibende Popularität der Show spielten. Einige Fans haben jedoch gemischte Gefühle gegenüber Big Horse geäußert. Während die Show seine Expertise und seine bedeutende Rolle im Geschäft hervorhebt, wird er von einigen Zuschauern als zu hart empfunden, besonders in den frühen Staffeln. Sein durchsetzungsfähiger Verhandlungsstil kann für manche als rau erscheinen und steht im Kontrast zum umgänglicheren Ansatz seines Vaters Rick. Dennoch glauben seine Fans, dass Cory im Laufe der Staffeln gewachsen ist und weniger antagonistisch, dafür aber raffinierter in seinen Interaktionen geworden ist. Außerdem könnte sein strenger Ansatz teilweise auf die Dramatik der Show zurückzuführen sein. Darüber hinaus schätzen einige Fans seine Offenheit und Hingabe gegenüber dem Familienunternehmen und erkennen an, dass die Anforderungen, ein Pfandhaus zu führen und im öffentlichen Rampenlicht zu stehen, sein Verhalten beeinflussen könnten. Wendepunkt Trotz seines frühen Einstiegs in das Geschäft und seiner umfangreichen Erfahrung über die Jahre hinweg, fühlte Cory sich ständig gezwungen, seinen Wert zu beweisen. Seine frühen Beiträge wurden oft nicht ausreichend gewürdigt, was zu Frustrationen führte, da er versuchte, eine bedeutendere Position in der Familienhierarchie zu erlangen. Der Wendepunkt kam während der siebten Staffel, als er einen größeren Anteil am Geschäft forderte. Cory fühlte sich unterbewertet, trotz seiner erheblichen Beiträge, und trat mutig an seinen Vater, Rick Harrison, und seinen Großvater, Richard Oldman Harrison, mit einem Ultimatum heran. Er wollte eine zehnprozentige Partnerschaft im Laden oder würde sich anderweitig nach Möglichkeiten umsehen. Diese Verhandlung war ein entscheidender Moment, der die Spannungen zwischen Cory und den älteren Harrisons aufzeigte. Rick, der Cory darauf vorbereitete, eines Tages die Führung zu übernehmen, erkannte den Wert seines Sohnes, war jedoch auch vorsichtig, das etablierte Gefüge zu stören. Der Oldman, mit seinem traditionellen Geschäftsansatz, war zunächst widerstrebend gegenüber Corys Forderungen. Letztendlich führte die Diskussion jedoch zu einem Kompromiss. Cory erhielt eine Gehaltserhöhung und eine fünfprozentige Partnerschaft mit der Aussicht auf eine mögliche Erhöhung seines Eigentumsanteils in der Zukunft. Gesundheitsprobleme und Transformation Hinter den Kulissen hat Big Horse in den letzten Jahren eine Reihe tiefgreifender persönlicher und gesundheitlicher Herausforderungen erlebt. In einem offenen Interview mit Good Morning America im Jahr 2014 enthüllte Cory seine Motivation für eine Magenband-Operation drei Jahre zuvor, nachdem er festgestellt hatte, dass er prädiabetisch war. Aufgrund finanzieller Engpässe finanzierte Cory die Operation mit vier Kreditkarten. Eine Magenband-Operation, auch bekannt als Gastric Banding, beinhaltet das Anlegen eines aufblasbaren Bands um den oberen Teil des Magens, um einen kleinen Beutel zu schaffen, der die Menge an Nahrung, die der Magen aufnehmen kann, einschränkt. Dieser restriktive Prozess hilft den Patienten, sich schneller satt zu fühlen und ihre gesamte Nahrungsaufnahme zu reduzieren, wodurch eine Gewichtsabnahme gefördert wird. Gerüchte über einen Schlaganfall Die Operation erwies sich für Cory als transformativ und half ihm, fast 200 Pfund von seinem früheren Gewicht von etwa 400 Pfund abzunehmen. Nach der Operation konzentrierte sich Cory darauf, kleinere Portionen nährstoffreicher Lebensmittel wie mageres Fleisch, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu sich zu nehmen, während er kalorienreiche und verarbeitete Lebensmittel miet. Außerdem ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich. Regelmäßige Überwachung und Nachuntersuchungen bei Gesundheitsfachleuten halfen Cory, seinen Diätplan einzuhalten und seine Gewichtsabnahme zu optimieren, was seine Hingabe an ein gesünderes Leben nach der Operation zeigt. Corys Erfolg mit der Magenband-Operation inspirierte auch Chumley zu seiner eigenen Abnehmreise, bei der er durch Diät und Bewegung fast 100 Pfund verlor. Cory erzählte humorvoll, wie seine Transformation Chumley dazu veranlasste, ebenfalls aktiv zu werden und scherzte. Chumley dachte irgendwie, wir wären für immer dicke Kumpels oder so. Rückblickend auf seinen Fortschritt teilte Chumley 2014 in einem Interview mit dem Magazin People seine Herangehensweise an ein gesünderes Leben mit und betonte seine Entschlossenheit, verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden und eine ausgewogene Ernährung in Maßen zu befolgen. Die Transformationen von Cory und Chumley verbesserten nicht nur ihre Gesundheit, sondern dienten auch als sichtbare Beweise für ihre Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit angesichts der Anforderungen des Reality-TV-Ruhms. Ihre Reisen unterstrichen die persönlichen Herausforderungen und Triumphe, die sich hinter den Kulissen einer beliebten Fernsehserie wie Pornstars abspielen. Darüber hinaus kursierten Gerüchte, dass Cory einen Schlaganfall erlitten habe. Diese Gerüchte sind jedoch nur das. Gerüchte. Doch das ist nicht alles. Kürzlich äußerten Fans Bedenken um Corys Gesundheit, nachdem ein Werbefoto für die Rückkehr der Serie nach Las Vegas in Pornstars Do America veröffentlicht wurde. Das Foto, das auf Instagram von Corys Vater Rick Harrison geteilt wurde, zeigt Cory, wie er mit Rick und ihrem langjährigen Freund Chumley auf einem Balkon sitzt. Anstatt sich auf die Ankündigung der Show zu konzentrieren, beschäftigten sich viele Kommentatoren mit Corys Aussehen und lösten eine Flut von Spekulationen über seine Gesundheit aus. Fragen und Kommentare zu Corys körperlichem Zustand überschwemmten den Beitrag. Beobachter bemerkten scheinbare Veränderungen in seiner Haltung und fragten sich, ob er Skoliose habe. Diese Beobachtungen und die jüngste Tragödie in der Familie haben die Sorgen der Fans um Corys Wohlbefinden noch verstärkt. Mehr dazu später. Trotz der Spekulationen haben weder Rick noch Cory öffentlich auf die Kommentare zu Corys Gesundheit reagiert. Außerdem ist Cory auch ein Verfechter der psychischen Gesundheit geworden und nutzt seine Plattform, um das Bewusstsein zu schärfen und Initiativen zur Verbesserung des psychischen Wohlbefindens zu fördern. Dieses Engagement für Gesundheit und Wellness verstärkt die Besorgnis der Fans, wenn sie mögliche Gesundheitsprobleme wahrnehmen. Neben den gesundheitlichen Problemen hatte Cory auch mit vielen persönlichen Tragödien zu kämpfen. Persönliche Tragödien der Harrisons Am bemerkenswertesten ist der Tod von Richard Oldman Harrison im Jahr 2018 im Alter von 77 Jahren. Bekannt für seinen scharfsinnigen Witz und seine klugen Ratschläge hatte Harrison vor seinem Tod gegen Parkinson gekämpft. Der History Channel drückte seine tiefe Trauer über Harrisons Tod aus und hob seinen bedeutenden Beitrag zur Pornstars-Familie hervor. Harrison war Mitinhaber des World Famous Gold & Silver Pornshop in Las Vegas, eines Geschäfts, das er seit 1989 betrieb. Als eines der ursprünglichen Besetzungsmitglieder von Pornstars wurde er schnell zum Liebling der Fans. Ihre dynamischen und humorvollen Interaktionen trugen erheblich zur enormen Popularität der Show bei. Sein Sohn Rick ging auf Instagram, um seinem Vater zu gedenken und drückte seine tiefe Trauer und Bewunderung aus. Das Vater-Sohn-Duo war maßgeblich am anhaltenden Erfolg der Show beteiligt, da Pornstars zum Zeitpunkt des Todes des Old Man seine 15. Staffel abgeschlossen hatte. Seine Präsenz in der Show brachte nicht nur einen einzigartigen Charme, sondern auch ein reichhaltiges Wissen und Authentizität, die Pornstars zu einem beliebten Bestandteil für Zuschauer auf der ganzen Welt machten. Doch das ist nicht alles. In seinem letzten Testament schloss Old Man seinen jüngsten Sohn Christopher von der Erbschaft aus. Harrison erklärte ausdrücklich, dass er verhindern wolle, dass Christopher und seine Nachkommen einen Teil seines Nachlasses erben. Im ursprünglichen Testament waren Harrisons Ehefrau, Joanne, Rue und alle drei seiner Kinder als Erben aufgeführt. Eine 2017 vorgenommene Änderung entfernte jedoch Christopher von der Liste, ohne die Gründe für diese Entscheidung anzugeben. Was den genauen Wert von Harrisons Nachlass betrifft, so wurde dieses Detail in den Dokumenten nicht offenbart. Rick würdigte die Auswirkungen seines Vaters und hob hervor, wie das Leben und die Arbeit seines Vaters in der History Channel Serie den Zuschauern wertvolle Lektionen über Familie, harte Arbeit und Humor lehrten. Etwa zur gleichen Zeit feierte die Show ihre 500. Folge mit bemerkenswerten Verkäufen. Corey teilte ebenfalls seine herzlichen Gedanken auf Twitter und erinnerte sich an den Einfluss seines Großvaters und brachte seine Dankbarkeit für die überwältigende Unterstützung der Fans zum Ausdruck. Chumley zollte Richard Harrison ebenfalls Tribut und beschrieb ihn als bedeutenden Einfluss und geliebte Familienfigur. Er würdigte Richards Fähigkeit, Weisheit zu vermitteln, Anleitung zu geben und Lachen in ihr Leben zu bringen. Zwei gescheiterte Ehen. Aber Corey hat in der Zwischenzeit auch andere Herzschmerzen erlitten. Zwei gescheiterte Ehen. Seine erste Ehe war mit seiner Highschool-Liebe Charlene, die er 2009 heiratete. Leider endete ihre Ehe 2015 in einer Scheidung. Danach ging er am 26. Mai 2017 seine zweite Ehe mit Corina Kiki Harrison ein. Geboren am 7. Dezember 1982 in San Diego, Kalifornien, bleiben die frühen Lebensdetails von Corina, einschließlich ihrer familiären Herkunft und ihres Bildungshintergrunds, weitgehend unbekannt. Vor ihrer Ehe mit Corey arbeitete sie als Geschäftsführungsassistentin in Las Vegas, Nevada. Ihre Ehe endete ebenfalls und ihre Scheidung wurde im September 2018 abgeschlossen. Trotz der Trennung blieben Harrison und Kiki in einer freundschaftlichen Beziehung und nannten ihre anspruchsvollen Arbeitszeiten als Hauptgrund für ihre Trennung. Trotz ihrer kurzen Ehe hat Corina seitdem einen zurückgezogenen Lebensstil gepflegt. Corina und Corey Harrison begrüßten im Oktober 2018, kurz vor der endgültigen Scheidung, ihren Sohn Richard Benjamin Harrison auf der Welt. Trotz ihrer Trennung haben sie es geschafft, eine freundliche Beziehung aufrecht zu erhalten, um ihren Sohn gemeinsam zu erziehen. Nach der Scheidung lebt Corina weiterhin in Las Vegas, Nevada, wo sie sich auf die Erziehung ihres Sohnes konzentriert und persönlichen geschäftlichen Tätigkeiten nachgeht. Ihre beruflichen Unternehmungen nach der Scheidung wurden privat gehalten. Sie ist 41 Jahre alt. Ihr Vermögen ist nicht öffentlich bekannt, im Gegensatz zu dem ihres Ex-Mannes Corey Harrison, dessen Vermögen auf etwa 4 Millionen Dollar geschätzt wird. Trotz der Herausforderungen durch die öffentliche Aufmerksamkeit während und nach ihrer Ehe mit Corey bleibt Corina entschlossen, ihre Privatsphäre zu wahren. Rechtliche Probleme und Kontroversen. Die Harrisons hatten ihren Anteil an rechtlichen Problemen. Im Februar 2022 wurde die ruhige Fassade der Harrison-Familie erschüttert, als Joanne Harrison, die Matriarchin und Witwe des verstorbenen Old Man Harrison, rechtliche Schritte gegen ihren eigenen Sohn Rick Harrison einleitete. Diese dramatische Klage brachte die tief verwurzelten Komplexitäten der Familiengeschäfte ans Licht, die bis zur Gründung des G&S Coinshops im Jahr 1981 zurückreichen. Joanne behauptete, dass sie 51% der Anteile am Unternehmen besaß, während die restlichen 49% ihrem Ehemann gehörten. Nach einem Koma in den frühen 2000er Jahren übergab sie jedoch ihre Anteile an Rick, ihren Sohn. Später erklärte sie, dass sie gerade erst aus dem Koma erwacht war und sich in einem besonders verletzlichen Zustand befand. Der Rechtsstreit verschärfte sich nach dem Tod des Old Man im Jahr 2018, als sie seine Anteile erbte und finanzielle Unterstützung erwartete. Bis 2020 zahlte Rick seiner Mutter Joanne monatlich 25.000 Dollar. Joanne behauptete jedoch, dass Rick diese Zahlungen plötzlich einstellte, was sie dazu veranlasste, im März 2022 eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu beantragen. Sie warf Rick vor, Vermögenswerte falsch verwaltet und seine Verpflichtungen ihr gegenüber vernachlässigt zu haben. Rick bestritt diese Anschuldigung vehement. Er behauptete, dass die gesamte Episode von externen Parteien beeinflusst wurde, die nicht im besten Interesse von Joanne handelten. Er erklärte, dass Versuche mit seiner Mutter zu kommunizieren auf Widerstand gestoßen seien und stellte klar, dass eines der in der Klage genannten Unternehmen vollständig im Besitz von Joanne sei. Dieser Rechtsstreit überschattete nicht nur die familiären Bindungen, sondern enthüllte auch die komplizierten Schichten finanzieller und emotionaler Spannungen innerhalb der Harrison-Familie. Als der Rechtsstreit eskalierte, unterstrich er die Herausforderungen, sowohl persönliche als auch geschäftliche Beziehungen unter öffentlicher Beobachtung zu navigieren. Aber das war noch nicht alles. Fast ein Jahrzehnt zuvor fanden sich Rick und Richard Harrison im Mittelpunkt einer Kontroverse, als Daniel Callahan, ein behinderter Vietnam-Veteran, eine Klage gegen sie einreichte. Der Vorfall ereignete sich, als Callahan den Pfandladen der Harrisons besuchte und sich auf einen Stock stützte, um ein Modell 69B gewährschätzen zu lassen. Laut Callahan entstand ein Streit über den Wert der Waffe, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Callahan behauptete, Rick und Richard Harrison hätten ihn versucht, gewaltsam aus dem Laden zu entfernen und ihn dabei in einen Schwitzkasten genommen. Diese Auseinandersetzung führte zu Verletzungen, die eine medizinische Behandlung erforderten, weshalb Callahan 20.000 Dollar Schadensersatz verlangte. Die Situation eskalierte weiter, als das Modell 69B-Gewehr während des Streits beschädigt wurde und auf dem Gehweg vor dem Pfandladen landete. Die Ergebnisse dieser Klagen wurden nie öffentlich bekannt gegeben. Abgesehen von den individuellen rechtlichen Problemen sah sich die Pornstars-Show und ihre Besetzung im Laufe der Jahre mit weiteren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein bemerkenswerter Fall war eine Klage gegen die Produktionsfirma der Show Left Field Pictures im Jahr 2012. Die Klage behauptete, das Konzept der Show sei von einer urheberrechtlich geschützten Idee gestohlen worden, die von einem anderen Produzenten vorgestellt wurde. Left Field Pictures bestritt diese Vorwürfe und der Fall wurde außergerichtlich beigelegt. In einem anderen Vorfall sah sich die Besetzung mit Anschuldigungen von mehreren Personen konfrontiert, die behaupteten, dass Gegenstände, die sie in der Show verkauft oder verpfändet hatten, später ohne ihre Erlaubnis verkauft wurden. Corey Harrison hatte am 8. September 2023 ebenfalls rechtliche Probleme, als er in Las Vegas verhaftet wurde. Alles begann, als ein Polizist bemerkte, dass Harrisons weißer Ford Pickup Truck in der Nähe der Main Street und des Charleston Boulevards zwischen den Fahrspuren hin und her schwankte. Als er angehalten wurde, bemerkte der Polizist den Geruch von Alkohol und Anzeichen von Trunkenheit. Als er gebeten wurde, einen Feldnüchternheitstest zu absolvieren, äußerte Corey Interesse an einem Atemalkoholtest. Aber der Beamte lehnte ab und berief sich auf einen Geräteausfall. Corey wurde daraufhin ins Stadtgefängnis von Las Vegas gebracht, wo er aufgrund von Problemen mit dem Atemalkoholtest im Gefängnis eine Blutprobe abgeben musste. Infolgedessen wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt und etwa acht Stunden später wieder freigelassen. Rückblickend auf den Vorfall äußerte Corey sein Erstaunen über das Fehlen eines funktionierenden Atemalkoholtests, den er anfechten will. Dies war jedoch nicht Corys erstes Zusammentreffen mit dem Gesetz. Bereits 2011 war er in einer Auseinandersetzung in Murrays Saloon & Eatery in Big Bear Lake, Kalifornien, verwickelt, die zu seiner Verhaftung führte, nachdem ein Streit mit einem anderen Gast eskalierte. Die Auseinandersetzung führte dazu, dass Corey angeblich einen Deputy und einen Sicherheitsbeamten schubste, was zu seiner kurzzeitigen Inhaftierung führte, bevor er am nächsten Tag freigelassen wurde. Ein weiterer Vorfall, an dem Corey und die Besetzung von Pornstars beteiligt waren, erregte Aufsehen, als sie versehentlich gestohlene Goldmünzen im Wert von 50.000 Dollar kauften, die später eingeschmolzen wurden. Trotz der sensationellen Natur des Vorfalls entgingen die Besetzungsmitglieder rechtlichen Konsequenzen, indem sie die Gesetze von Nevada bezüglich der Haltefrist für verkaufte oder verpfändete Gegenstände einhielten. Sein Kollege Chumley hat im Laufe der Jahre ebenfalls seine eigenen rechtlichen Verstrickungen durchlaufen. Von einer Verhaftung im Zusammenhang mit einem Begleitservice im Jahr 2008 bis zu einer Polizeirazzia in seinem Haus in Las Vegas im Jahr 2016, bei der Waffen und Drogen gefunden wurden, ist Chumleys Weg durch rechtliche Prüfungen gut dokumentiert. Trotz dieser Rückschläge sind sowohl Corey als auch Chumley weiterhin integrale Bestandteile der Show, die nach wie vor zu den am höchsten bewerteten Programmen des History Channels weltweit gehört. Pornstars hat sich als langjährige Reality-Serie etabliert, die Zuschauer auf der ganzen Welt mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Humor und den Feinheiten der Pfandlei-Geschäfte fasziniert. Aber Corey's Tragödien enden hier nicht. Familien-Tragödie Zuletzt wurde die Familie von einem plötzlichen und unerwarteten Schicksalsschlag getroffen, als Adam Harrison, ein Bruder von Corey, unerwartet und tragisch starb. Die Todesursache von Adam wurde als Fentanyl-Überdosis bestätigt. Der 39-jährige Adam verstarb am 19. Januar und hinterließ einen tiefen Verlust in seiner Familie und der Gemeinschaft. Erste Berichte über seinen Tod erwähnten nur eine Überdosis, aber nachfolgende Ermittlungen der Las Vegas Metropolis bestätigten die tragischen Umstände. Eine Vertreterin von Rick Harrison, Laura Herlovich, drückte in einer Erklärung gegenüber Pupil die Zerrissenheit der Familie aus und betonte deren Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Rick selbst ging auf Instagram, um seine Trauer zu teilen und postete ein emotionales Foto von sich und Adam. Obwohl Adam nie in Pornstars auftrat, hatte er Verbindungen zum Familiengeschäft, da er Berichten zufolge im Gold & Silver Pornshop gearbeitet hatte, bevor die Show 2009 ins Leben gerufen wurde. Sein Tod hat Reflektionen über sein Leben und seine Beiträge zur Familiendynamik ausgelöst. Die Nachricht traf besonders Corey Hart. Seine Reaktion auf Adams Tod war tief emotional. Er drückte tiefe Trauer und Erschütterung über den Verlust seines Bruders aus, den er als geliebtes Familienmitglied beschrieb. Corey teilte eine herzliche Hommage in den sozialen Medien und postete Fotos von sich und Adam und erinnerte sich an ihre gemeinsamen Erinnerungen. Angesichts Corys vergangener gesundheitlicher Probleme, einschließlich Gewichtsproblemen, die ihn dazu veranlassten, eine Gewichtsverlustoperation zu unterziehen, könnte die emotionale Belastung durch den Verlust seines jüngeren Bruders Adam auch seine Gesundheit beeinträchtigt haben, wie viele Fans in letzter Zeit betont haben. Trotz aller Verluste hat Corey es jedoch geschafft, im Leben weiterzumachen. Finanzieller Erfolg Aufstieg auf der Erfolgsleiter Im Jahr 2013 tätigte Corey eine bedeutende Investition in Immobilien in Las Vegas, indem er ein luxuriöses 7.069 Quadratmeter großes Haus für eine Million Dollar erwarb. Diese weitläufige Immobilie umfasste sieben Schlafzimmer und sechs Badezimmer und bot luxuriöse Annehmlichkeiten wie einen Keller, der für Unterhaltung ausgelegt war, mit einer Bar, einem Spielbereich und einem Heimkino. Auf über einem Hektar Land gelegen, umfasst das Anwesen auch eine ruhige Außenumgebung. Es hatte zudem ein Schwimmbecken mit Wasserfall und Wasserrutsche, dazu zwei Garagen für je drei Autos und eine Feuerstelle, ideal für Zusammenkünfte im Freien. Drei Jahre später bot Corey das Haus für 2,39 Millionen Dollar zum Verkauf an und hob die hochwertigen Merkmale und die erstklassige Lage hervor. Trotz der Attraktivität fand die Immobilie nicht sofort einen Käufer, was Corey dazu veranlasste, den Preis in den folgenden Jahren mehrfach anzupassen. Zwischenzeitlich bot er das Haus auch zur Miete an, für etwa 6.000 Dollar pro Monat. Nach intensiven Bemühungen und mehreren Preisänderungen gelang es Corey schließlich, das Haus im Mai 2022 für 2 Millionen Dollar zu verkaufen und damit seine anfängliche Investition zu verdoppeln. Corey's finanzielle Klugheit erstreckt sich über den Immobilienmarkt hinaus, wie sein geschätztes Vermögen von etwa 4 bis 5 Millionen Dollar beweist. Ein Großteil seines Vermögens stammt aus seiner Miteigentümerschaft am berühmten Gold & Silver Pornshop. Seine prominente Rolle in der Serie Pornstars hat nicht nur sein öffentliches Profil erhöht, sondern ihm auch bedeutende Einnahmen durch Buchverkäufe, Werbeverträge und andere lukrative Möglichkeiten eingebracht. Strategische Investitionen und Geschäftsaktivitäten haben Corey's Finanzportfolio weiter gestärkt, während seine starke Präsenz in den sozialen Medien weiterhin seinen Einfluss erweitert und seinen finanziellen Stand durch Markenpartnerschaften und digitale Monetarisierungsstrategien erhöht. Die Welt des Reality-Fernsehens verwischt oft die Grenze zwischen Authentizität und inszeniertem Drama und Pornstars ist da keine Ausnahme. Allerdings ist die Show größtenteils authentisch. Während der Dreh sorgfältig geplant wird und es mehrere Wiederholungen gibt, um das bestmögliche Filmmaterial zu erhalten, betonen Insider, dass sie nicht geskriptet ist. Ein Komparse der Show enthüllte Details hinter den Kulissen, als sie eine Episode filmten, in der Corey, Big Horse, Harrison und Chumlee ein einzigartiges Stück aus verschmolzenem Sand von den Atomtests in Nevada bewerteten. Während dieser Aufnahmen wurde das Pfandhaus von normalen Kunden geräumt, sodass nur etwa zwölf sorgfältig angewiesene Komparsen übrig blieben. Diese wurden angewiesen, absolute Stille zu bewahren, die Kameras nicht anzusehen und sich natürlich zu verhalten, als ob sie nur im Laden stöbern würden. Der Dreh selbst verlief methodisch und dauerte fast eine Stunde, um Material aufzunehmen, das für die Show zu einem kurzen Segment zusammengeschnitten wurde. Zur Echtheitsprüfung des verschmolzenen Sands wurde ein Experte aus einem nahegelegenen Museum hinzugezogen. Trotz dieser Bemühungen blieben die Interaktionen zwischen den Darstellern und dem Kunden ungeskriptet. Szenen mit Verhandlungen erforderten jedoch oft mehrere Aufnahmen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Der Kunde, der das Stück in den Laden brachte, entschied sich letztlich nicht, es zu verkaufen, obwohl die Darstellung im Fernsehen suggerierte, dass sie den Laden an diesem Tag spontan betreten hatte. Tatsächlich war ihr Besuch für die Dreharbeiten vorab arrangiert, was die sorgfältige Balance zwischen Authentizität und Unterhaltungswert in der Produktion von Reality-Fernsehen zeigt. Jenseits der dynamischen Szenen in der Show ist das Gold & Silver Pornshop in Las Vegas ein greifbares Zeugnis für das Erbe und den unternehmerischen Erfolg der Familie Harrison. Gegründet 1989 von Richard Oldman. Harrison und seinem Sohn Rick betreibt das Geschäft ein florierendes Pfand- und Wiederverkaufsgeschäft. Durch die prominente Darstellung in Pornstars hat es ein weltweites Publikum angezogen, die Verkaufszahlen gesteigert und es zu einer unverzichtbaren Touristenattraktion in Las Vegas gemacht. Geschäftliche Aufzeichnungen bestätigen den rechtlichen Status des Geschäfts und die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen, einschließlich Steuerverpflichtungen und Geschäftsbetrieb. Einnahmequellen für Pfandhäuser wie das Gold & Silver Pornshop sind diversifiziert, hauptsächlich durch den Wiederverkauf von verpfändeten Gegenständen und kurzfristige besicherte Darlehen. Diese Darlehen, die durch wertvollere Gegenstände als den Darlehensbetrag gesichert sind, führen oft zu erheblichen Gewinnen, wenn Kunden in Verzug geraten und ihre Sicherheiten verlieren. Im Hinblick auf die Zukunft wird sich Corys 5-prozentiger Anteil am Gold & Silver Pornshop als solide finanzielle Anlage erweisen. Aktueller Status und Zukunftspläne Big Horse bleibt sowohl in seinen beruflichen Aktivitäten als auch in seiner persönlichen Entwicklung aktiv. Kürzlich war er stark in die Promotion und Produktion von Pornstars Do America involviert, einem besonderen Event, das erhebliche Aufmerksamkeit von Fans und Medien auf sich gezogen hat. Die Rückkehr der Show nach Las Vegas markiert eine nostalgische Reise für Cori, der von Anfang an eine entscheidende Rolle im anhaltenden Erfolg der Serie gespielt hat. Abseits des Fernsehens bleibt Cori stark in die täglichen Abläufe des Gold & Silver Pornshops eingebunden, einem Eckpfeiler des Erbes seiner Familie in Las Vegas. Als Miteigentümer neben seinem Vater Rick Harrison spielt Cori eine zentrale Rolle in der Verwaltung der Geschäfte des Ladens und der Überwachung seiner vielfältigen Kunden und Bestände. Seine Expertise in der Bewertung und Verhandlung von Geschäften bleibt ein entscheidender Aspekt für den Erfolg des Geschäfts. In Zukunft eröffnet Coris Engagement in Pornstars die Tür zu potenziellen neuen Projekten und Unternehmungen in der Unterhaltungsindustrie. Seine Erfahrung und Popularität im Reality-TV-Bereich bieten fruchtbaren Boden, um neue Möglichkeiten zu erkunden, die seine Präsenz auf dem Bildschirm und darüber hinaus erweitern könnten. Ein Rückblick auf Coris Weg zeigt eine Geschichte von Resilienz und persönlichem Wachstum. Von seinen frühen Tagen im Pfandhaus bis hin zum Navigieren durch die Komplexitäten von Ruhm und Geschäft hat Cori ein stetiges Engagement für das Erbe seiner Familie und seine persönliche Entwicklung gezeigt. Seine Fähigkeit, sich anzupassen und inmitten von Herausforderungen zu gedeihen, unterstreicht seinen Willen, einen bleibenden Eindruck sowohl in seinem beruflichen als auch in seinem persönlichen Leben zu hinterlassen. Die Harrisons haben bedeutende persönliche Tragödien und rechtliche Herausforderungen erlebt. Vom Tod von Richard, the old man. Harrison bis hin zum kürzlichen Verlust von Adam Harrison durch eine Fentanyl-Überdosis hat die Familie tiefe Verluste erlitten. Darüber hinaus haben rechtliche Auseinandersetzungen, einschließlich Klagen zwischen Familienmitgliedern und Anschuldigungen, die Situation weiter kompliziert. Trotz dieser Widrigkeiten hat Cori Harrison bemerkenswerte Resilienz gezeigt. Von der Überwindung gesundheitlicher Probleme durch eine Gewichtsverlustoperation bis hin zur Bewältigung rechtlicher Verwicklungen hat Cori eine standhafte Entschlossenheit gezeigt, voranzukommen. Die Fähigkeit der Familie Harrison, inmitten von Schwierigkeiten zu bestehen, unterstreicht ihre Stärke und Einheit und bestätigt ihre Widerstandskraft angesichts persönlicher und beruflicher Herausforderungen. Das war's für jetzt. Danke fürs Zusehen. Und verpassen Sie nicht dieses Video, das Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm sehen. Es ist wirklich unglaublich. Danke fürs Zusehen.